Moin, wir haben schon mal angefangen weil ja... Oh Scheiße! Hat sie wieder reparieren, 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 reparieren! Jo Leute, willkommen zurück zu Blendezeit 2! Heute Mittag Chris und ähm... Loki? Loki! Moin Moin! Die anderen zwei kommen noch, die spielen noch Rocket League zu fertig, aber... Wollt jetzt nicht mehr warten. Naja, aber die wollten ja eigentlich schon um 30 kommen, ja. Eigentlich schon. Du warst jetzt nicht mehr glücklich da. Tja, fast 2 Minuten. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Futterwand machst du, du bist jetzt schon da? Ja, ich bin hinter Chris. Alles leichter wieder, wie immer. Na, verleg ich mir jetzt mein Sanderer. Na gut, ich glaub der wird attackiert, scheißen, danke. Hast du aus hier nen Sondi? Ja, da hinten bei den Korallen. Oh, gleich in 9. Äh, ja... Aua, 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 aua! Wo kommt der her? Da oben hockt der Schweinehund. Versuchen wir mal das in der Comerway. Ich hoffe dann, damit uns die Warners nicht gleich wieder alles wegschnappen hier. Nicht, damit sie wieder unser Sandler und Panzer vorher zerstören. Wobei wir überhaupt ankommen. So, Sandi ist draußen. So, wo ist er? Hat mich einer grad beschossen aus diesem Ding hier. Ja, da war irgendwo ne Leichte da oben. Wo ist er da oben? Ja, da suche ich gerade. Guckst du da oben in der Koralle drin? Nö. Nö. Hier ist echt nichts los. Keine Ahnung, wo der hier ist. Bestimmt gestorben. Wir verlieren A. Ach, du machst das schon. Ja, ich geh. Oh, Chrissi geht auch nicht. Dann warte ich eh. Fast ein Stück zurück, dann passt das. Da, Chrissi, rechts von dir. Weil, Mann, ist da? Ne, da oben. Chrissi, hinter dir, hinter dem Ohr. Ja. Da ist gar keiner mehr. Dann warte es wahrscheinlich der. Ach so, okay. Hat wieder tausend Punkte grad für nix tun bekommen. Na, so muss es immer laufen. Ich will auch tausend Punkte fürs nix tun. Die Terrane haben so wenig Gebisskontrolle, das wird nicht mal angezeigt. Lol. Wenn du nachrechnest, ist es elf Prozent, äh, nicht mal acht Prozent. Okay. 40, 80, 89, 92 Prozent haben wir. Also wir haben acht Prozent gerade mal. Hm. Die Angeifer wurden durch die Angeifer. Ja, also hoffentlich gewinnen wir den Alarm, ne? Tja, wir haben noch ne Stunde elf. Ach du, aber zack die Pop, wir haben 37 Prozent, aber das sieht gut aus. Also, aber wenn wir bis zum Warpgate vorgeschlossen sind, haben wir... Ah ne, wir müssen beiden Warpgates haben, gell? Ja, wieviel... Wichtige Punkte haben wir denn? Vier. Hm, was bringt ein Warpgate? Eine oder zwei, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab schon ewig nicht mehr Gebisskontrolle. Ich hab... Von dem... Von dem... Von dem... Ich hab... Von dem... Zwei... Ich hab schon neweil nicht mehr gespielt. Die Verbindung, äh... Ne, okay, sind beide. Einen Punkt blickst du. Ist da vorne ne Panzermine? Ähm, ja. Jetzt ist sie weg. Ey, cool, ich bin mal nicht drüber entfernt, ich hab's nie mal gesehen. Moin Moin Lappengemer. Moin Moin. Moin, wir haben schon mal angefangen, weil... Oh, scheiße. Panzermine, reparieren, 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 reparieren. Ich hab doch keinen Rapper. Oh, da liegt ein ganzer Haufen Panzermine. Vor euch. Da hast du gleich die Max rein. Das ist doch knapp. Wo denn? Hier ist doch gar nix. Ja, direkt vorm Thunderbird. Ja, ich mach sie weg. Ich darf jetzt so ein Schnür wieder finden. So, müssten alle weg sein jetzt. Zunut lege ich noch ein C4 hin, dann können wir noch mal drauf schießen. Ähm, Hefti, Stufz. Stufz fährt an, der will auch un-channeln. Juro nimmt mit, was wir haben. Umso mehr, umso lustiger. Das hat sich hier wieder verabschiedet. Owa! Scheiß Spion. Jungs, kommt ihr mal den Berg hoch? Unterwegs. Ich brauche ich dann wieder Munition. Jo. Liegt hier beim Geschütz. Ich hab hier Munition für dich. Vielen Dank. Ich brauche deine Granaten vom Dach. Ja, Vorsicht! Ska! Ska! Ich kann das reparieren! Luki! An die treffen heut wieder! Hihihihihi. Mach ich mal kaputt! Das ist deine, keine Liga, nicht meine. ich hab das jetzt alles umgelaufen was war das überhaupt die schwere ich setze dir mal eine spawn-beakten ja ich reparier mal hier fleißig können bisschen feuerwerk schießen ich bin down Mensch du sollst ja nicht so weit nach vorne ich mach nicht weit vorne ach da kommt wo wir sind ich brauch Heilung Kollege hier warte ich komm wer auf die eine andere das überrennen wir gerade scheiße und da kommt aber ich weiß nicht ob ich das überlebe ok es ist du gehst du auch wachsen brüste stimmt das weihnacht das halloween event oder es sei noch kein schneemann event doch aus der zeit ist nicht dass ich wüsste er stimmt also laut der update-zeit steht schon da da dann steht schon seit monat da ich habe den übrigen ja wenn dann sieht es doch in den herausforderungen ja dann existiert es noch nicht aber im launcher steht schon ja da sind wir die schneemänner nämlich drauf dann können wir ewig durch die gegend fahren schneemänner töten und 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 ja ich lasse sich ja was wird ein genau weil sie es so gut sind als durch der punkt kann nicht gekämpft werden ja ich sehe auch warum der hacker ist angekämpft von 12 bis 24 feind ja leider in den krieg du drehst oder für uns nicht probiert erstmal muss ich da nicht hinkommen naja was haben wir denn hier jetzt bauen wo sind wir denn in der kommen hinterkommen ja ich spiele zeit zehn minuten habe nur null kills und ein tod ist ja scheiße das ist traurig ja aufnahmeflug markus ist wieder dabei blick nur markus natürlich da waren spionen scheiße ich bin in der luft versuchen wir da irgendwie zu spotten und ein wenig zu reißen ich bin in der luft zitter Nummer drei ich bin schon mal ein abonniere mal gucken ob ich noch fliegen kann also ich bin jetzt an der vorwärts das ist doch die unten am berg oder ja wieder nur kill assist ja leck mich doch jetzt am arsch ja aber das sind viele im nexus ja stimmt ja auch keine viele im nexus im anfang wo bei uns unten bei uns achso darker surfer also heißt es mir kriegen sie nicht ähm nein wahrscheinlich nicht na guter ergeben dazu ja hab ich auch ja aber jetzt mach ich erstmal meinen kill hier bevor ich mich verlege aber wir haben A-Punkt erobert echt ja wir haben A-Punkt erobert achso ja weil es mag sie sind die können ich zurück halt jetzt kommt eine riesenflugarmee auch noch hin und dann bist du skidest oh nein warum muss die mich killn die vorzauern wow weil der kill es ist läuft doch gibt eigentlich mit dem beacon noch ja gibt es ah ist ja schon so und warum ist da jetzt so eine mega flugarmee und warum haben die die dann dass es das das Bis zum nächsten Mal.